So, zweite Runde. 10.8. Dienstag. Erster Portaltag in diesem Monat. August 2021. Herzlich Willkommen. Ja, mich freut es, dass es euch gefällt. Ich habe tatsächlich letztens, als ich das erste Mal die Trommel gespielt habe, habe ich sogar meinen Tänzer gefragt, ob ich die Trommel mal mit hochnehmen soll, hier in die Natur zu mit aufnehmen. Ob es denn gefällt oder nicht, weil ich mir selbst nicht so sicher war. Und dann frage ich doch ab und zu noch den Tänzer. Versuche mich aber auch immer mehr auf mein eigenes Gefühl mal so zu verlassen. Meine eigene Intuition. Ja, aber da wusste ich nicht vorne, nicht hinten. Schön, wenn es dir gefällt. Vielen Dank. 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 Danke. Danke, liebe Sonne. Danke, liebe Licht. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.